Moin Leute, ich melde mich heute zurück mit einem Pack Opening von H1Z1, das Ganze im Livestream aufgenommen. Vorher möchte ich noch einmal kurz sagen, ich mache am 4.12., 4.2., 4.2. wieder ein 24-Stunden-Stream, Samstag, Sonntag. Das Ganze startet wieder um 12 Uhr mittags, ist einfach die beste Zeit, habe ich so für mich persönlich herausgefunden. Und vorweg möchte ich noch sagen, es gibt jetzt diese Woche wieder ein Giveaway. Das Ganze wird am Sonntag aufgelöst, am Sonntag, dem 22.01. jetzt hier. Geht einfach auf den Link in der Beschreibung oder in meinen Twitch-Kanal, auszeichnen Giveaway, auf den Link. Er stellt euch ein Account auf Instant Gaming oder drückt einfach mit eurem jetzt schon bestehenden Account auf Teilnehmen. Kennt ihr, drückt, müsst vor allem allerdings das Spiel eingeben, was ihr gewinnen wollt. Jedes Spiel, was man auf der Seite gewinnen kann, kann man, jedes Spiel, was man auf der Seite kaufen kann, kann man auch gewinnen. Also einfach das Game eintippen, auf Teilnehmen drücken und dann habt ihr schon Chancen, das zu gewinnen. So, jetzt will ich euch nicht weiter aufhalten, hier geht es weiter mit dem Pack-Opening und haut rein. Okay, kommen, was normales. Nochmal kommen. Nochmal kommen. Alles normal, also selten. Nochmal kommen. Nochmal kommen. So, wir haben noch 13 Stück vor uns. Oh, sehr schön. Eine Wintermütze. Ankommen. Und wieder kommen. Alright, Leute, noch 11 Stück, komm. Gib mir die Frostbite, Baby. Gib mir die Frostbite. Alle mal Hashtag Frostbite in den Chat, Leute. Noch 9 Stück. Uh. Oh, dieselben nochmal. Jetzt haben wir die zweimal bekommen. Das Gute ist, wir können hier oben sehen, hier oben, Scrap. Wir können die Teile nachher schreddern und umwandeln zu anderen Skins. Umwandeln zu anderen Skins. Nochmal kommen, die haben wir sogar auch schon. Wir können das im Endeffekt wieder umwandeln, das ist das Gute. Oh, sehr nice. Was episches. Was episches. Sehr, sehr nice. Let's go, Baby. Was blaues. Sehr schön, sehr schön. Komm schon, Baby. Er will die nicht mal mehr aufhaben. Er kriegt die nicht mal mehr auf. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Ist da die Frostbite drin, oder was? Kriegt die deswegen nicht auf? Wird er mich verarschen? Der will die Kiste nicht öffnen, Leute. Das ist die Frostbite, oder so. Ich glaube, ich muss mal hier... Das Ziel. Ah, okay. Das Schloss ist kaputt. Dann wird das in meinem Inventar zugefügt. Öffnen wir erstmal. Ich habe erstmal direkt... Die Kiste hat mich... Erstmal direkt kaputt gemacht. Sehr schön. Nochmal ein paar Stiefel. Ja. Zwei Kisten haben wir noch. Okay. Nochmal. Kommen. Letzte von diesen Kisten. Nochmal den. Den haben wir schon. So, jetzt wird es interessant. Jetzt öffnen wir die Bronze. Die Bronze öffnen wir, Leute. Alright. Jetzt wird es wirklich interessant. Ankommen oder höher. Ankommen oder höher. Enforcer Baggy Pants. Alright. Das ist ankommen gewesen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Die Silver. Rare oder höher. Warte, wir gehen nochmal zurück. View Set. Also, das wird was von diesen Sachen hier sein. Ein Helm. Eine Jacke. Nochmal ein Backpack, den wir schon haben. Ein Magnum Skin. Oder halt tatsächlich was richtig dickes, ne? Oder halt was richtig dickes. Alright. Da geht der Puls auch mal ganz gerne hoch. Da geht der Puls auch mal ganz gerne hoch. Feuerwehranzug. Auch nicht schlecht. Schade, kein Frostbite Skin. Aber geile Sachen im Endeffekt rausbekommen. Oh, nice. Die, die wir vorher sogar schon hatten. Wir machen das hier jetzt ein bisschen schneller. Wir haben hier jetzt was Blaues, was Grünes. Wieder was Grünes. Das ist wieder alles Scrap-Material, Leute. Das ist alles wieder Scrap-Material. Wieder was Blaues. Sehr nice. Die Sachen haben wir jetzt größtenteils schon. Mal sehen, was hier so rauskommt. So, Leute. Oh, Enforcer Bini. Den haben wir schon von der Polizei hier im Endeffekt. Oh, nochmal das. Nochmal die schöne Elfenmütze. Die kennen wir schon. Die hatte ich ja auch schon auf. Und es geht weiter. Das wäre natürlich genial, wenn wir vorher schon die fucking Frostbite ziehen. Das wäre natürlich genial, Leute. Das wäre natürlich genial. Oh, nice. Wir haben eine schöne Voralarm-Respirator. Wir haben eine Gasmaske gefunden. Die passt zu unserem Feuerwehr-Outfit. Super, super geil. Muss man einfach sagen. Wir haben hier eine Gasmaske gezogen. Die passt zum Feuerwehr-Outfit. Die werden wir benutzen. Wir können unsere lahme Stoffmaske, die wir hier haben, wegtun. Sehr nice. Wir kriegen hier geile Sachen raus, Leute. Wir kriegen hier wirklich richtig geile Sachen raus. Muss man einfach sagen. Sehr, sehr nice. Ich ziehe vieles doppelt. Ja, das ist das Risiko. Also man kriegt halt... Es geht auch eher um die... Um die Safe... Safe Ultra Rare... Um den Safe Ultra Rare Skin, den man da rausbekommt. Oder um... Also es geht eher um die Safe Ultra Rare Sachen. Die man rausbekommt. Ja, die Sachen, die wir gerade bekommen, die werden größtenteils eh geschreddert. Wir bekommen vieles doppelt. Das ist das Risiko. Aber es gehört halt dazu. Es gehört halt dazu. Das wird geschreddert. Es geht wirklich nur um die Sachen, die super, super selten sind. Ach nee, die laufen davon weg. Oh nice. Enforcer Backpack. Legendäre Sache aus den normalen Sachen. Wir haben hier den Enforcer Backpack, Leute. Richtig geil. Ihr seht ihn hier. Ihr seht ihn hier. Das ist eins von vier super seltenen Sachen. Eins von vier super seltenen Sachen. Super geil. Was bringt Schreddern? Schreddern bringt, dass wir Stoffteile haben. Alter, wir kriegen hier so geile Rucksäcke raus, Leute. Wir kriegen hier super geile Rucksäcke raus. Holy shit. Ich glaube, der Rucksack ist auch ganz gut was wert. Und ja. Schreddern bringt, dass wir die Sachen zerkleinern und die Stoffteile weiter verwenden können im Endeffekt. So, 13 Stück haben wir noch vor uns. Noch eine Spende. Noch eine Spende. Ich kann wieder nicht raus haben. Mach ich gleich. Kriegen wir gleich hin. Lese ich gleich durch. So, Leute. Komm, let's go. Let's go. Let's go. Lasst uns noch ein Legendary ziehen. Lasst uns noch ein Legendary ziehen. Puh. So, ich schau mal kurz, was war hier das für eine Spende? Drei Euro. Ganz viele W. Vielen Dank. Ganz viele W. Ich finde das geil, dass du nicht einfach deinen Namen schreibst. Soll ganz viele W. Dann weißt du auch direkt, wer gemeint ist. Vielen Dank für deine Spende, Mann. Vielen, vielen Dank für deine Spende. Und wir haben wieder ein kaputtes Schloss. Leider. Müssen wir wieder raus tappen. Einmal in unser Inventar gucken. Haben wir hier tatsächlich einen Legendary Skin bekommen? Nein. Keinen Legendary Skin für uns. Ne. Hier. Crates. Unlock Crates. Wir öffnen die restlichen neun Stück. Allein, dass wir schon sogar einen legendären Rucksack gezogen haben. Das ist schon super genial, Leute. Das ist schon super genial. Schon wieder hier. Wir kriegen so viel Scrap Material hier raus. Das ist echt gut. Das ist echt gut, muss ich sagen. Der Legendary Rucksack. Der sieht richtig nice aus sogar. Der sieht sogar richtig nice aus. So, zwei Kisten haben wir noch. Zwei Kisten haben wir noch. 30 Euro der Rucksack. Das ist natürlich auch geil. Das ist natürlich auch geil, Pony. Und die letzte. Sehr schön. Jetzt geht's ja in die Bronze. Bronze, Leute. Und was bekommen wir? Nice. Was Blaues schon wieder. Alright. Jetzt wird's interessant, ey. Jetzt wird's fucking interessant, Leute. Rare Plus. Ihr seht hier rechts. Es können nur geile Sachen rauskommen. Clash Buddies. Moin. Es können echt nur geile Sachen rauskommen, Leute. Silver. Open. The Styler. Moin. Und. Enforcer Puffy Jacket. Uh. Seit 20 Minuten öffne ich nur Kisten. Ja, Mann. Die goldene Flossball, Digga. Seid ihr schon aus dem Game raus? Okay. So, Leute. Die Unicorn-Maske haben wir schon. Den Enforcer-Backpack haben wir schon. Wir bekommen entweder die Pumpgun. Also, wir können alles bekommen. Aber geil wäre die Frostbite oder eben die Pumpgun. Luka, wir haben ein Problem. Warum? Was ist los, Digga? Leute, drückt die Daumen. Frostbite. Haut mir ein Hashtag Frostbite in den Chat, bitte. Betet für mich. Betet für mich. Öffne. All right. Drückt die Daumen, Digga. Drückt die Daumen. Let's go, Leute. Fuck, ja. Ja. Boom. Ich kann's nicht fassen, Leute. Das ist die Frostbite. Ja. Ich fass es nicht, Mann. Ja. Holy shit, Mann. Ich kann's nicht fassen. Ja. 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 Daumen hoch, Digga. Ich kann's nicht fassen. Ja, du musst dir immer mit uns zocken und musst dir uns vorgeben, ne? Da kommst du nicht drum herum. Oh mein Gott. Ich kann's nicht fassen. Ich kann's nicht fassen, Leute. Oh mein Gott. Ich kann's nicht fassen, Leute. Ja. Ich kann's nicht fassen, Leute. Ich kann's nicht fassen, Leute. Ja. 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 Vielen Dank.